Ich kämp' immer gern so mit den Türen und dann mal so und so und ich schlag' wieder auf und zu und auf und zu lassen sie mich durch und zu ja ich kämp' mich immer so durch. Ich geh' jetzt hier lang, oh mein Gott, der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du verschwindest in der Wand, genauso wie ich, tschüss, du ruhst dich hier nicht von weg, gut, danke, tschüss, ja gut, wir können gehen. Hier ist ja eigentlich gar kein Mann, ich hab' grün, ich hab' noch gar nicht da, von daher, so, das stoppen wir jetzt hier rein. Leute, wir haben die letzten Blöcke. Okay, los geht's! Danke! Hoffentlich hat Blau nicht zu viel davon genommen, glaub' ich, weiß ich gar nicht. So schnell kann man nicht lesen! Okay, jetzt kommt Grün. Grün, der lange Schlenderman in Grün. Ja, dich werden wir blatt machen. Wir werden um dir herumlaufen wie Mäuse. Ruhn sie sich aus. Du brauchst es für morgen. Okay, morgen wird ein harter Tag werden, auf jeden Fall, denk' ich. Okay, wir schlafen jetzt in einem Hotel und ich geh' in mein schokobrauen Bett und schlafe. Ja, es fühlt sich sehr, ey, die haben hier sogar Überwachungskamera, es ist ja kein Hotel, weil das ist ja Verbrechen hier. Klingt, als wäre Grünbach. Ich glaube, er weiß, dass du da drin bist. Glaub' ich auch. Keine Sorge, er spielt. Wie kann er dich fangen, wenn er dich nicht sehen kann? Gutes Argument, aber ich glaub' halt... Oh, hä, muss ich einspielen? Angel hat das Internet verlassen. Nooo, ich muss alleine spielen. Ah, ich muss alleine hier spielen. Warum kann man nicht einfach hier durch? Man quetscht sich. Okay, gut, man passt hier nicht durch. Egal. Hier müssen alleine die Essensverpackungen suchen. Nämlich Hundefutter. Ja, wir suchen jetzt schon mal. Oh nein, Angel hat schon wieder das Internet verloren. Warum? Ich glaube, wir müssen hier mal eine stabile Internetverbindung holen. Ich schlag' die Türen hier um die Nase. Wirklich? Ich schlag' die rein, schlag' die auf. Ja. Okay. Hier ist vielleicht noch was. Hier gibt's sogar Schränke. Kann man sich da drin verstecken? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lange ich dann das gespielt hab', aber ich hab' nicht gewusst, ob man sich in Schränke verstecken kann hier. Wir gehen jetzt hier hoch und gucken nach weiteren Essensverpackungen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie einfach Hund kommen. Oder Blau. Egal wer. Die sind beide, bin ich gar nicht geheuer. Okay, ich geh' jetzt hier hoch zu Theater. Beziehungsweise nach unten ins Theater. Ja. Okay. Wir schlendern uns hier durch wie die Mäuse in den Ritzen. Super. Wir gehen jetzt hier. Wir stoppen die Essensverpackungen in den Essensrollator dort rein. Oh. 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 Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh. Das hört sich an wie grün, oder? Ist das grün oder blau? Ich weiß nicht. Ich geh' jetzt hier einfach lang. Wir gehen jetzt hier. Oh. Ja. Okay. Wir sind schon mal im Theater. Das vergesse ich auch gerne. Okay. Hier ist auch schon mal eine Essensverpackung. Ich glaub' wir haben jetzt schon mal acht. Hier läuft irgendwas. Was. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß halt nicht. Ich kann das nicht so gut unterscheiden. Okay. Hier. weil ich war mir schon. gegenseitig. Ich weiß nicht. ja. nicht so gut. Ich weiß nicht. hier lang. rein stoppen. Risiko eingehen. Okay. Wir haben alle. Geil. Geil. Oh mein Gott. Geil. Es ist jetzt Orange, oder? Der ist Hundefutter. Hm. Oder ist das Konflikt? Ich weiß gar nicht. Das ist eine Überraschung. Orange hat seine Höhle verlassen. Vielleicht hat er das Essen gerochen. Okay. Angel hat leider kein Internet mehr. Deswegen ist sie gestorben. Okay. Es ist wieder Nacht. Warum ist mein Schokofraunis Penst weg? Und die Nacht ist vorbei. Und wir starten wieder in den nächsten Tag. Heute Abend ist die letzte Nacht. Nachdem du meine Maschinen repariert hast, zeige ich dir, warum du wirklich hier bist. Hm. Oh, was ist denn hier los? Hm. Warum haben die Lüftungsöffnungen angefangen zu lecken? Keine Ahnung. Inhaltungen. Wo sind die Lüftungsöffnung? Wie sagt mal wieder? Und wo ist die Lüftung? Wo ist die Lüftung?